100 Sekunden Media mit Media Plus. Unser Thema heute? Sie sprechen mit Erwachsenen 2049? Sprechen Sie doch lieber mit Ihren Käufern. Oft werden Zielgruppen für Kampagnen mit soziodemografischen Merkmalen gebildet. Aber Alter, Geschlecht und Einkommen beschreiben Menschen oftmals nicht ausreichend genug. Und das gilt auch für das Kaufverhalten. Deshalb sind neue Zielgruppenmodelle notwendig und auch methodisch möglich. Im Zentrum der strategischen Mediaplanung können Werte, Einstellungen oder das reale Kaufverhalten stehen. Wir haben uns deshalb schon vor über 20 Jahren mit den GfK-Consumerscan-Daten beschäftigt. Und fusionieren diese ins GfK-Panel. Aber ich erspare Ihnen jetzt die Details. Dann bin ich ja froh. Wer lacht? Das Gute am Ansatz der Käuferzielgruppen? Mehr Nähe zwischen Media und Marketing. Wir fokussieren damit den Werbedruck oder die Kontaktdosis auf reale Käufe einer Marke oder die des Wettbewerbs. Es bestehen vielfältige Möglichkeiten der Werbedrucksteuerung, die wir Marken und Branchen individuell auf die Marketingziele ausrichten können. Wir wissen aus der Kundenpraxis, dass mehr Käufernähe sofortige Performance-Steigerungen zufolge hat. Ja. Besser Sie minimieren Streuverluste und sprechen direkt mit Ihren Käufern, integriert über alle Kanäle hinweg. Wie gesagt, Käuferplanung bringt Wachstum. Was Käuferplanung für Ihre Marke leisten kann? Schreiben Sie uns. Media Plus – die Innovationsagentur für markenindividuelle Media.